Hallo, ich bin die Laura Gedemer, ich bin 21 Jahre alt und ich komme aus Obercheflens und ich mache jetzt das BA-Studium bei der Volksbank, bin jetzt in Billigheim eingesetzt und ich freue mich auf sie und sie persönlich kennenzulernen. Mein Name ist Dennis Jörgsch, ich bin 19, komme aus Walpon, habe in Eberbach meine Fachhochschulreife gemacht, mache eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Volksbank in Mosbach und ich freue mich, Sie in der Klasse draußen begrüßen zu dürfen. Hallo, ich bin Milita Spies, ich bin 18 Jahre alt und komme aus der Gurken. Ich fange jetzt meine Ausbildung zur Finanzassistentin an und werde in Obercheflens eingesetzt. Ich freue mich auf euch! Hallo, mein Name ist Lukas Passmann, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Bad Wünfen und mache hier die Ausbildung zum Bankkaufmann und ich freue mich, Sie im Finanzzentrum begrüßen zu dürfen. Ich heiße Michael Pollitt, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Neunkirchen und fange bei der Volksbank in Mosbach jetzt mein duales Bachelorstudium an und bin zuerst in der Filiale Fahrenbach. Hallo, mein Name ist Angelika Mayas, ich bin 19 Jahre alt, ich komme aus Mosbach, mache die Ausbildung als Finanzassistentin und ich bin in der KL und freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Contoth ist aber muss Untertitelung des ZDF, 2020